So, ja, da unten rechts ist mein Bild, eine kleine Trizeps-Pose. Ich habe einen Sportkanal mit über 17.000 Abonnenten und über 8 Millionen Views bis jetzt, namens Akko The Persian Killer. Wie gesagt, dort geht es um Muskelaufbau, Kraftsport und auch Drohnenvideos und einmal meinen Gaming-Kanal Akko Power Let's Play. Okay, ja, beide Kanäle könnt ihr kostenlos abonnieren und unten, hier unten könnt ihr mein Facebook lesen. Akko Platz lassen, Akko Platz lassen, Armani. Alles klar, viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück. Das hier wird eine sehr, sehr lange Runde, eine schwierige Runde und am Ende gibt es ein Leckerbissen. Und zwar ramme ich mit der Maus einen T-34er komplett bergab. Also bleibt bis zur letzten Sekunde dran, damit ihr auch ja nichts verpasst. Ja, wird eine knappe, lange Runde. Ein, zwei lustige Stellen sind auch dabei. Dann lasse ich euch mit dem Replay alleine. Viel Spaß. Juju Stück rein. ims Um Juju Manchester das Juju Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für uns. Raus hier! Und soweit so gut. Das war's für uns. Ja, ja, übrigens. Wir suchen kleinere Clans mit nur, sagen wir mal, 20 bis 40, 50 Member, die nicht genug Leute für Bollwerk oder CW zusammen kriegen. Die sich dann auflösen und zu uns rüber wechseln. Dementsprechend die Leute, die dort was zu sagen haben im Clan, bekommen auch hier gute Posten. Das bei sich Feldkommandant oder Personaloffizier, solche Posten bekommt ihr dann. Wäre gut, wenn ein paar Leute aus anderen Clans, die sowieso in ihren Clans auf Dauer nichts hinbekommen, zu uns wechseln. Damit wir das hier vollkriegen bei den German Predators. Um dann einen vernünftigen, großen Clan sozusagen zusammen zu bekommen. Um jeden Tag Livestreams zu machen, YouTube-Videos. Wäre also cool, wenn ihr zu uns rüber wechselt. Wir sehen uns bei den Stats. Da kommt übrigens die Arty. Spiel ist abgelaufen. Also bis gleich. So, Gefechtsergebnisse. 4.012 Damage, 2 Kills, 3.100 Abgewehrt. Übrigens, das war diese T-34. Der Arme, ey, von der Maus gerammt worden, bergab. Wie viel habe ich dem gezogen da, hier? 900 Damage. Okay. Wird mich über ein Abo freuen. Bis später.